Uprising, Curse of the Last Emperor, habe ich hier irgendwo auf meinem Kanal letztens irgendwo vorgestellt. Schaut gerne mal rein, eine komplette Regelerklärung und eine erste Meinung. Mittlerweile habe ich ein paar Mal öfter noch gespielt und finde es immer noch richtig gut. Tatsächlich großartige Herausforderungen, sehr, sehr brainy. Man muss echt überlegen, was mache ich jetzt, man muss sich absprechen. Es ist ja eine kooperative Spielerfahrung und es ist echt ein knackiges Spiel. Jetzt kommt eine Erweiterung, Uprising Titans of the First Age heißt sie. Die kommt auf Game Found, startet heute. Also schaut gerne rein. Ich versuche mal den Link hier rauszufinden und irgendwo hier zu posten. Und ich wollte euch ganz gerne ein bisschen darüber erzählen, was kommt alles in der Erweiterung. Nemesis Games haben sich bisher als sehr, sehr aufgeschlossen gegenüber Kritik gezeigt. Das finde ich richtig sympathisch. Einige Spieleautoren, denen ich auch begegne, die reagieren auf Kritik mit einem Ja, sorry, aber meiner Familie hat es aber gefallen. So, ja, das kann sein, aber wie viele Leute, die du nicht kennst, hast du schon befragt. Und was haben die gesagt? Ja, die haben keine Ahnung. Achso, verstehe. Gut, viel Spaß. So, und die wiederum haben sich tatsächlich jetzt aber hier sehr offen gezeigt. Und das muss ich sagen, fand ich richtig sympathisch. Ich hatte ja in meinem letzten Video die Spielmatte bemängelt. Und dann haben die tatsächlich irgendwie Hebel in Bewegung gesetzt und das überlegt und geguckt und so. Und dann kam dann irgendwann und sagte, Andreas, ich habe eine schlechte Neuigkeit. Aber wir haben es versucht, aber es klappt einfach nicht. Die neue Spielmatte wäre einfach so unfassbar teuer, dass es sich einfach nicht mehr rentieren würde. Das heißt, wir haben jetzt die Spielmatte, die wir haben. Und das ist es eben, was es gibt. So, mit all den Kritikpunkten, die du gesagt hast, hast du recht. Aber es ist eben eine Spielmatte für jemanden, der eine Spielmatte möchte. Und insofern ist es ja auch jetzt nicht super schlecht. Es ist ja nur keine Stitched-Qualität am Rand. Das heißt, sie kann bei wiederholter Benutzung irgendwann so ein bisschen auffisseln. Aber ich finde voll gut, dass sie sich gekümmert haben. Und ich finde voll gut, dass sie sagen, ja, stimmt. Auch mit der Kartenqualität, da habe ich damals gesagt, es mischt sich irgendwie schlecht. Das ist irgendwie schwierig, wenn man die Sleeve dann nicht mehr. Aber sie haben gesagt, ja, wir haben halt die beste Qualität genommen, die wir kriegen konnten. Und das war eben das, das nachher sich so anfühlt. Das wussten wir nachher nicht. Also, das finde ich erstmal sehr, sehr sympathisch. Ein Kritikpunkt war ebenfalls noch, dass das Spiel gerade am Anfang etwas zu swingy sein kann. Man würfelt ja eine ganze Menge Würfel. Man hat in dem Laufe des Spiels sehr viele Möglichkeiten, das zu mitigieren. Items, Feeds, Druidenkarten, keine Ahnung was noch. Aber gerade der erste Kampf, den man macht, der kann halt einfach voll in die Hose gehen. Und wenn ich dann gegen eine Horde spiele und die Horde gegen die Horde verliere, mit meiner kompletten Armee, wo ich alle meine Ressourcen reingeballert habe, und dann kommt die Horde noch und rennt in meinen Haven rein und macht das Haven kaputt, dann habe ich einfach als Erstlingsspieler quasi schon direkt eine frustrierende Erfahrung und möglicherweise packe ich es dann auch nicht mehr an. Mit dem Äther, den sie jetzt erfunden haben, als Ressource für die Gruppe quasi, jeder kann darauf zugreifen, haben sie das jetzt pro Lebens gelöst. Man hat jetzt einfach Äther und kann mit dem Äther Rerolls kaufen. So, Äther kriegt man nur über Druidenkarten, die jetzt auch einen anderen Look bekommen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das aussieht. Und dieses Äther ist eben für alle verfügbar und dann ist es halt alle, wenn es alle ist. Aber dadurch hat man vielleicht am Anfang gerade die Möglichkeit, diese zentralen, wichtigen Kämpfe doch nochmal neu zu würfeln. Vielleicht würfel ich immer noch schlecht, aber dann habe ich auch vielleicht, keine Ahnung, die falschen Würfel gewählt oder so. Vielleicht liegt es auch einfach an mir. Finde ich richtig, richtig gut. So, dann gibt es als weitere Neuerung zwei neue Fraktionen. Einmal die so Piraten, die drumherum segeln, um das denn. Normalerweise auch eine seiner Haven in der Mitte irgendwo stehen. Die haben gar keinen Haven. Die haben ihre Kriegsschiffe, die draußen lagern und von dort aus dringen sie dann ein. Großer Nachteil natürlich ist dann offensichtlich, dass man eben immer von außen reinlatschen muss und nicht von innen drin anfangen kann, sich auszubereiten. Und ich weiß auch nicht genau, wie die sich neue Haven dann bauen. Oder sie bauen sich ja keine, ob sich neue Kriegsschiffe bauen, weiß ich auch nicht. Da bin ich gespannt. Die andere Sache, die man spielen kann, sind plötzlich Titanen. Titanen funktionieren ziemlich genauso wie Legionen oder diese großen Horden. Die haben nämlich auch einen Threat-Tracker und dann wird der Threat immer höher und ich habe immer mehr Würfel. Und dieses Threat bekomme ich aber nicht quasi automatisch, sondern ich muss irgendwelche Sachen lösen, Aufgaben lösen oder Monster killen irgendwie, damit ich mehr Threat nachher habe. Und das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr geile Idee. Ich bin sehr gespannt, wie die sich wohl spielen werden. Angeblich werden sie auch quasi das Landscape irgendwie verändern. Da ist es wieder durchlatschen, bumm, 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 hauen sie irgendwie das Ödland kaputt und machen es irgendwie, zertrümmern das. Keine Ahnung, ich bin sehr gespannt. Dann gibt es aber, um quasi diese Würfel und diese neuen Fraktionen ein bisschen auszugleichen, plötzlich auch wieder was für die anderen, für die bösen Schurken. Geißeln nennt sich das. Das sind irgendwie neue Fähigkeiten, die man den Horden und den Legionen geben kann und dadurch macht man die noch einmal ein bisschen interessanter. Bin ich auch sehr gespannt, wie sich das wohl anfühlt. Söldner gibt es auch. 13 verschiedene. Das sind jetzt neue Elite-Einheiten, die außerhalb stehen und die kann wohl jeder anheuern. Da weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Erstmal finde ich es natürlich cool, weil Söldner und neue Einheiten und auch Unique-Einheiten und die kommen wahrscheinlich auch mit ihren eigenen Würfeln, finde ich richtig gut. Aber jede Fraktion hat ja irgendwelche Nachteile. Entweder habe ich besonders wenig Einheiten oder nur die Elite-Einheiten oder besonders wenig Bogenschützen, gar keine Bogenschützen. Und wenn ich natürlich jetzt sagen kann, ja okay, dann kaufe ich mir diese Söldner-Bogenschützen und gleiche ich ja damit quasi meine Fraktion aus und dadurch verwässere ich quasi die Nachteile meiner Fraktion wieder. Oder wenn ich nur wenig Einheiten haben darf, dann kaufe ich mir einfach viele Söldner-Einheiten, weil dann habe ich ja die Ressourcen offen nachher, um andere Sachen zu kaufen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Beschränkungen, zum Beispiel, dass ich sage, okay, jede Fraktion bekommt ein Einheiten-Maximum oder jede Fraktion, vielleicht darf ich gar keine Bogenschützen kaufen. Da bin ich gespannt, wie sie das wohl lösen. Das klingt auf jeden Fall auch schon mal ganz interessant. Dann gibt es drei neue Würfel, nämlich Bronze, Silber, Gold. An die kommt man wohl sehr, sehr schwer dran. Da weiß ich auch noch nicht genau, wie man die kriegt. Vielleicht über die Söldner, vielleicht über neue Druidenkarten, Items, keine Ahnung. Die neue Symbole haben, nämlich einen Stern, der als wirklichen Joker benutzt werden kann für alles, was bisher im Spiel gibt. Auf dem Goldwürfel sind dann daher sogar teilweise alle drei Symbole drauf. Blitz, Schild und Totenkopf. Da bin ich gespannt, auch wie sie das einbauen werden. Die werden natürlich das Spiel auch ein bisschen leichter machen, aber dafür sind die wohl sehr, sehr schwer zugänglich. Das Spiel ist ja schon insgesamt sehr deluxifiziert worden. Man hat irgendwie alles in diesen Acryl-Standys und die Box ist auch echt ganz cool, außer dass das Inlayen irgendwie einen Tacken zu... Also fühlt sich nicht richtig gut an irgendwie. Also man presst das nachher alles rein. Dieses Ringbuch passt nachher schlecht oben drauf. Es ist alles doch sehr spack und irgendwie passen die Würfel auch nicht ordentlich rein. Also gerade die Horden und Legion, wenn ich die nicht immer alles komplett auseinanderbauen will mit den Standys, dann fühlt sich das irgendwie auch doof an, weil dann ist das irgendwie alles ganz schön voll. Die Box ist ja schon sehr groß. Das heißt, man hätte sie noch einen Tacken größer machen müssen, damit es noch ein bisschen bequemer Platz hat. Ich hoffe, dass das jetzt dann so ein bisschen im neuen Set entzerrt wird. Mal gucken. Ansonsten wird all das, was bisher nicht Deluxe war, jetzt Deluxe. Denn es gibt Spielerinnen und Spieler, die wollen das so. Ich bin ja auch jemand, der sich irgendwie immer Metallmünzen kauft. Auch die braucht man ja eigentlich nicht. Die Legionsmarker werden zum Beispiel zu Pokerchips. Dieser Event-Tracker ist jetzt aus Holz, aus bedrucktem Holz und so weiter. All die Sachen, die vorher, wie gesagt, Pappe waren, die werden jetzt entweder Metallholz oder Pappe oder, ne, Pappe wohl nicht, aber Metallholz oder Pokerchip-Qualität. Das sieht auch richtig cool aus. Und eine Sache, die mich auch auf dem Kanal regelmäßig erreicht hat, war die Frage, Andreas, der ist schon noch gut mit diesem Spiel, aber gibt es das nur auf Englisch? Und die Antwort lautet ja. Aber jetzt eben auch plötzlich auf Deutsch. Und das finde ich richtig gut. Ich weiß, der deutsche Markt ist nicht der größte auf der ganzen Welt. Und viele Leute in Deutschland sprechen eben auch ganz gut Englisch und deswegen brauchten sie das vielleicht bisher nicht. Aber die Anfragen waren jetzt wohl doch so groß, dass sie gesagt haben, wir machen es jetzt eben doch auf Deutsch. Weil das Spiel ist ja schon recht textintensiv. Also klar, es ist kooperativ. Das heißt, man kann sich auch gegenseitig aushelfen. Aber es ist schon oft frustrierend, wenn man dann immer fragen muss, sag mal, was heißt das denn auch mal? Und insofern finde ich es gut, dass es jetzt auf Deutsch kommt. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Tja, zum Schluss noch eine Erweiterung. Allies of the, ich weiß gar nicht genau, also eine Verbündetenerweiterung, wo die Interaktion zwischen den Spielern ein bisschen gepusht wird. Denn die einzigen beiden Möglichkeiten zu intergalieren waren ja bisher, dass ich andere Leuten Siegpunkte kaufe. Und das andere war, dass ich, wenn die Helden auf einem Ort stehen, tauschen kann, Items kaufen kann, Ressourcen tauschen kann und so weiter. Aber das war es dann eben auch. Vielleicht gibt es hier die Möglichkeit, quasi auch die Havens von anderen Leuten besser zu schützen. Oder vielleicht irgendwie gemeinsame, weiß ich nicht, Palisaden zu bauen, was auch immer. Sie lassen sich da ja eine ganze Menge einfallen. So, soweit der kurze Abriss hier zu Titans of the First Age von Uprising. Ich bin sehr gespannt auf die Kampagne. Werde wohl einsteigen, weil mir das Grundspiel tatsächlich jetzt sehr, sehr gut gefällt. Ich habe mit der ersten Erweiterung noch nicht gespielt. Da sind ja nochmal so spezielle Horden und Legionen dabei. Mir war das Spiel bisher schon schwer genug, muss ich sagen. Deswegen freue ich mich jetzt tatsächlich eher auf die Sachen, die das Spiel ein bisschen leichter machen, damit man den Einstieg findet. Aber das habe ich bei Spirit Island früher auch gedacht. Am Anfang steht man da und denkt sich, boah, wie soll ich das jemals schaffen? Und irgendwann spürt man plötzlich ein Szenario mit irgendeinem Land auf sehr schwer irgendwie. Und das klappt auch irgendwie. Insofern bin ich gespannt, wie hoch ich die Kurbel hier irgendwann drehen kann. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank.